Ich bin total motiviert, ich hab' den Roller, das sagst du auch. Wir haben's ja heut' gezahlt, haben bis jetzt ein super Konzert gespielt. Und ich hoffe, ihr werdet euch wirklich für die CD kaufen, weil es ist sehr billig. Wir werdet euch in Steuhofter spielen, wenn wir... ...wenn ich mir eine geschenkt wird, oder? ...wenn ich euch mal eine angekauft hab' ich... Ich hab' dir noch 30 Wurschtes zurück. Scheiße, ich hab' schon gezahlt. Ja, es wurscht mir nicht mit zwei, aber... ...das zweite nicht, was ich die jungen hören... Ich hab' den Leuten noch gehört, aber wurscht, ne? Das geht nicht im Gamesch. War ja dabei, wenn ich gar nicht glaube, das ist ein ganz alter Hallen. Da können wir vielleicht zum Fuß eine Leute mit einer Bitzigteile einbauen, aber probieren wir's mal, ob die Leute sind, glaube ich. Nicht so schlecht genommen, das ist so der Duckel im Klavier. Hat jetzt ein Intro. Der Duckel hat dann ein Solo. Dann hat der Robo einen Solo. Also es passiert jetzt halt, der Duckel, der ein Klavier Solo spielt. Und hier ist die Einleitung. Ein bisschen Applaus für Duckel, weil es ist das erste Wohlfänger. Okay, Duckel, man tut sich die Apposität noch machen, was soll... ...hau in die Tassen, ne? 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 Okay, been a drinker, okay, oh, at nioz, no more, fregau, see, ja, boh, okay, been a dresser, nah, he do like a wedding, on shop the feeling, don't you? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's.